Moin Freunde und damit ganz herzlich willkommen zum Teil 2 des Modding Tutorials für Bahnhof Assets. Wir werden heute das Ganze skalierbar und einstellbar machen und das möchte ich heute zusammen mit euch machen. So, wir beginnen natürlich mit unserem Mod, den habe ich wie letztes Mal schon Juli Düsseldorf genannt. Da müssen wir natürlich wieder rein. So, hier haben wir unsere bekannte Construction und als Referenzpunkt nehme ich jetzt schon den fertigen, um euch das zu zeigen. Genau, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben und wie gesagt, um das Ganze skalierbar zu machen, brauchen wir natürlich weitere Values, besser gesagt weitere Auswahlmöglichkeiten in diesem UI-Fenster. Dazu kann man einfach hier das bestehende kopieren, ja, ich kann, ich sage jetzt einmal hier, ähm, skalieren und einmal die Höhe und die Breite können wir auch noch machen. So, dann den Key, ja, den müsste man einfach nur merken. Ne, Buchstaben gehen glaubt nicht. Äh, Zahlen gehen glaubt nicht, doch, es müsste eigentlich gehen. Ups, da soll es nicht hin. Genau, ich nenne das jetzt einfach Test, Test 1, Test 2 und Test 3. Achso, wir fangen jetzt hier jeweils mit 0 an. So, hier machen wir skalieren. Hier machen wir die Höhe, die Höhe schreibe ich jetzt, die Höhe schreibe ich mal so und den Abstand. So, das wäre schon mal das, wo wir ergänzen müssten für unser UI-Fensterchen zum Einstellen. Dann geht das weiter hier runter zu der Update-Fen und zwar zu den Local Result. Dort müssen wir nun die ganzen, die ganze Berechnung reinschreiben, die sozusagen uns das Ganze berechnet. Dazu brauchen wir nun einmal das Skalieren. Zack, ist gleich 0. Immer mit Leerzeichen dazwischen, glaube ich, das ist wichtig. Dann brauchen wir noch Local Höhe, ist gleich 0. Ups. Und Local Abstand ist gleich 0. So, Skalieren 0 macht im Grunde eigentlich keinen Sinn. Da können wir im Grunde auch 1 reinschreiben. Das heißt, wenn wir den Mod öffnen, haben wir immer die Skalierung 1, was in Transport Fever Standard ist. Ich mache das Ganze einfach auf 0. Werdet ihr dann sehen, die Assets sehen dann einfach total flach aus, weil bei meinem selbstgeschriebenen habe ich ja zum Beispiel auch Skalieren Meter und Skalieren Dezimeter. Das heißt, ich kann Skalieren zum Beispiel auch auf 0,5 oder auf 0,7 oder auf 1,3. Ich kann nicht nur auf 1,0, 2,0 und so weiter. Wie gesagt, das könnt ihr dann hinzufügen, wie ihr möchtet. Ich zeige euch jetzt bloß die ganz einfachste Version und ganz zum Schluss können wir nochmal kurz über die Construction von meinem Mod drüber schauen, damit ich euch das genauer erklären kann. Gut, wir haben nun die drei, die drei Locals gesetzt. So, genau, weil dann geht es hier nämlich weiter mit dem nächsten und zwar mit einem if. Genau, so, hier fangen wir nun an. if.params. Da rufen wir jetzt sozusagen mal das erste auf. Das wäre Test 1. Perfekt. So, wir haben im Test 1, 1, 2, 3, 4 Auswahlmöglichkeiten. Also kopieren wir das Ganze viermal. Ups, viermal. So, dann müssen wir hier jeweils eins hochsetzen, weil wir haben ja jedes Mal was verändertes. Genau, so. Nun rufen wir auf, wenn der Parameter Test 1, das heißt hier auf 0 gesetzt ist, haben wir haben wir skalieren, auch auf 0. Ist ja logisch, weil 0 soll ja 0 sein. Wenn wir auf 1 setzen, so wollen wir natürlich skalieren auf 1 haben. Und das machen wir so weiter und so weiter. Skalieren ist gleich 3 und dann noch das End hinten dran, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. So, so würde nun das kompakte Ding aussehen, nur für den Bereich skalieren. Das heißt, wir brauchen das Ganze auch nochmal für Höhe und für Abstand. Das heißt, wir kopieren uns diesen ganzen Block. Ich lasse da gerne immer einen Abstand drin. Genau, jetzt müssen wir sozusagen diesen ganzen Block im Grunde nur umschreiben. Und zwar einmal hier vorne zu Test 2, weil jetzt beziehen wir uns natürlich auf diesen Key. Und der hat den Namen Test 2. Das habe ich jetzt gemacht. Gott sei Dank nichts. Und dann beziehen wir uns auf den unteren Block. Das wäre Test 3. Und jetzt schreiben wir hier nur noch in Höhe. Hier ist wichtig, da dürft ihr keine Sonderzeichen verwenden. Das heißt, ein Ö geht in diesem Fall nicht. Weil bei mir hat es demnächst Probleme gemacht. Ich sage das einfach bloß mal vorsorglich. Nicht, dass da mal was kommt und dass dann nicht, dass mal jemand kommt und sagt, ich habe da Höhe hingeschrieben, also mit Ö Höhe und das geht nicht. Ich hatte demnächst Probleme. Ich sage es jetzt euch bloß, ihr könnt es gerne mal mit Höhe probieren. Wenn es funktioniert, dann ist ja alles gut. Genau, so hätten wir nun unser eingetragenes Skalieren von den Assets. Und wenn ihr das jetzt noch ein bisschen genauer haben machen möchtet. Das heißt, bei der Höhe ist ja immer schlecht, wenn man da nur in Meterschritten gehen kann. Das heißt, ich zeige es euch kurz in einem Beispiel. Und zwar verändern wir die Höhe. Höhe Dezimeter. Und das ist dann Höhe Meter. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen weiteren Block eingefügt. Das heißt, wir brauchen noch mal so einen kompletten Block. Da haben wir nun Test 20 hingeschrieben. Habe ich jetzt einfach mal als Beispiel genommen. Hier Test 20. Genau. Und wenn wir Dezimeter haben, müssen wir hier hinten noch ein Nullpunkt davor setzen. Das heißt, das Spiel weiß jetzt, okay, ich skaliere jetzt nicht im Meterbereich, sondern ich skaliere eins drunter, wäre ein Mathe gut das. Wer es dann noch genauer haben möchte, kann natürlich noch ein Parameter für Zentimeter hinzufügen. Dazu muss man dann hier hinten in den Block dann 0,00 eingeben. 0,01 und so weiter. Das auch beim Skalieren oder beim Abstand, egal wo. Hier unten, wenn ihr Dezimeter habt, müsst ihr 0,0 eingeben. Wenn ihr zum Beispiel in Zehnerschritten das machen möchtet, geht es ja auch. Ich habe bei mir auch Zehnerschritte drin. Das heißt, wenn ihr 0, 10, 20, 30 haben möchtet, dann müsst ihr hier logischerweise eine 0, 10, 20 und so weiter hinschreiben. Das sollte, denke ich, jedem einleuchten. So, jetzt schreibe ich hier noch kurz Höhe 1 hin, weil wir haben ja einmal Höhe und einmal Höhe 1. Und jetzt denkt ihr euch, ja gut, wie bringe ich das dann zusammen? Und zwar brauchen wir das Ganze nicht nochmal in einem Local. Und jetzt könnt ihr euch irgendwas einfallen lassen, zum Beispiel gesamter oder gesamte Höhe. Wichtig, hier kein Leerzeichen lassen, sondern irgendwie mit einem Unterstrich verbinden. Das ist, wie gesagt, bloß ein Parameter, wo das Spiel dann erkennt. So, dann machen wir ein Istgleich und die gesamte Höhe soll dann sein, einmal die Höhe, plus Höhe 1. Das heißt, wir fügen das nun zusammen. Der rechnet uns nun das hier aus, ja, mit dem, mit dem Local Key gesamte Höhe. So, nun müssen wir das Ganze natürlich auch noch in das Spiel einfügen. Hier haben wir unsere Transformationsmatrix. Wichtig hierbei sind einerseits diese drei letzten Ziffern. Das sind jetzt in diesem Fall eine Null, weil das Standard ist. Wer sich in Mathe auch gut auskennt, das hier ist die, das ist die X-Rotation, das ist die, äh, Quatsch, das ist die X-Verschiebung, das ist die Y-Verschiebung, das ist die Z-Verschiebung. So, in diesem Fall möchten wir natürlich die Höhe einstellen. Das heißt, wir schreiben anstatt der Null unseren Local, unseren Local-Märker gesamte Höhe. Den schreiben wir nun hier rein, in die letzte Null oder was auch immer da bei euch steht. Wichtig, die 1 muss dann hier noch stehen bleiben. So, dann haben wir einen Abstand. Moment. Das variiert von Modder zu Modder, ob der das in X- oder in Y-Richtung baut. Das müsst ihr, wie gesagt, vielleicht mal bei jedem Bahnhof testen. Das ist, das ist ganz einfach, wenn ihr, wenn ihr jetzt diesen Mod abschließt, als euren eigenen, dann könnt ihr den in das Savegame hochladen. Und wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, ähm, der hat das jetzt so gemoddet, dass sich der Bahnsteig nicht vom Gleis weg bewegt, sondern zum Gleis. Das heißt, auf der gerade von dem Gleis sich dieser Bahnsteig bewegt, dann müsst ihr einfach die andere Ziffer nehmen und dann geht das. Da kann man nicht wirklich sagen, welche Ziffern man da jetzt umändern muss, sondern das kommt wirklich von Modder zu Modder an. Ich kann jetzt hier kurz nachgucken. Der Düsseldorfer wurde zum Beispiel in Y-Richtung gebaut. Das heißt, ich schreibe hier meinen Abstand rein. Genauso wie hier unten auch. Upsa, Moment. Hier muss ich auch meinen Abstand reinschreiben. Und die Skalierung schreiben wir in die zweite Eins rein. Das kommt auch darauf drauf an. Das kommt dann auch darauf drauf an. Ähm, darauf drauf an. Ja, ich glaube, das stimmt. Wie der Mod gemacht ist. Wäre es die vordere Null, das heißt der Bahnhof oder der Bahnsteig wurde in X-Achse gebaut. Dann wäre es die vordere Eins. In diesem Fall ist es Y. Das heißt, wir nehmen die mittlere Eins. Dort machen wir Skalieren rein. Genauso wie bei dem unteren auch. Und speichern dann das Ganze. Und dann sehen wir uns im Spiel wieder. Hier haben wir ihn. So. Wie gesagt, wundert euch nicht wegen dem. Das ist einfach, weil wir Skalieren auf Null haben. Das können wir ja gleich mal probieren. Wenn wir nun Skalieren auf Eins machen, sehen wir, okay, das Gebäude hat nun seine normale Form. Das Ganze können wir natürlich auch doppelt so breit machen. Werden natürlich die Texturen verzogen. Das ist natürlich logisch. Ja, das sieht ja auch der, äh, der Curry stand ein bisschen komisch aus. Ja, wir können das Ganze auch dreimal so groß machen. Dann sieht es noch ein bisschen komischer aus. Deshalb Skalieren würde ich bei dem Gebäude tendenziell immer auf Eins lassen. Wie gesagt, das Skalieren kann man auch noch unterteilen in Zentimeter, äh, in Dezimeter. Das geht natürlich auch. Was immer lustig ist, sind die Bahnsteige zu skalieren. Ja, wir haben dann plötzlich einen viel breiteren Bahnsteig. Das ist natürlich auch sehr, sehr, äh, das wirkt auch zu einer sehr großen Abwechslung natürlich auf der Map. Aber natürlich das Wichtigste ist der Abstand. Wir können hier einen Abstand erzeugen, ja. Der ist aber im Grunde noch zu klein, weil wir, weil ich einfach, äh, das zu klein gewählt habe. Das heißt, man müsste den Abstand im Grunde noch größer setzen. Ich habe ja hier gesagt, wie bloß eine Auswahl von 1 bis, äh, von 1 bis 3. Von dem her, wenn ihr da noch das Ganze einfügt, wie gesagt, wenn ihr da, wenn man da alles von 0 bis 9 macht, dann habt ihr da eine Riesenmöglichkeit, das Ganze euch einzustellen. Wir haben auch hier einstellbare Höhen. Ja, das können wir dann alles genauer noch machen. Und wenn man das natürlich ein bisschen ausartet, dann sieht das Ganze ein bisschen aus wie bei mir. Ja, ich kann zum Beispiel hier skalieren in Metern und Dezimetern. Ich kann, äh, die Breite einstellen, die es vom Gleis weg ist. Ja, hier, ich kann die, die, wie gesagt, die Breite einstellen, die es vom Gleis weg ist. Ähm, ich kann das Ganze ziemlich hoch setzen, was natürlich unlogisch ist. Aber da bekommt man auf jeden Fall eine große Vielfalt ins Spiel rein. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier so anordnen wie ich. Ähm, hier oben könnt ihr auch jederzeit hinschreiben, was das ist. Also wenn ihr, wenn ihr das gern haben möchtet, dass da in der Zeile steht, okay, das ist jetzt Hauptgebäude. Äh, dann könnt ihr da natürlich auch Hauptgebäude hinschreiben und nicht nur 0, 1, 0, 2, 0, 3. Das habe jetzt ich einfach gemacht für mich, weil es die einfachste Lösung ist. Und hier unten würde ich tendenziell eigentlich immer von 0 bis 9 machen. Ja, äh, steht halt die 9 immer ein bisschen, äh, unten drunter. Aber von den Höhen her braucht ihr auf jeden Fall Meter, Dezimeter, Zentimeter. Bei der Breite würde ich das im Grunde auch, äh, ja, euch empfehlen, da, da man einfach manchmal sagt, okay, ich möchte, ähm, den Bahnsteig jetzt doch vielleicht mal einen Zentimeter weiter weg haben. Oder so, dass man da auch wirklich auf alles eingestellt ist. Wie gesagt, das sind ein paar Zeilen Code, ähm, eben, Script, dass ihr einfach kopieren und umändern müsst. So schwer, denke ich, ist es auch nicht. Ich hoffe, ich habe es euch, ähm, benutzerfreundlich erklärt, dass ihr euch, dass ihr das umsetzen könnt. Ansonsten, wie gesagt, ähm, könnt ihr jederzeit zu mir kommen, egal ob ein Forum oder sonst irgendwo. Dann kann ich euch helfen. Wie gesagt, Teamfure ist, ähm, zum Beispiel eine Variante oder über, über das Forum mit Bildern. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier noch ein kleines Beispiel. Der, äh, Regionalbahnhof von Bandion kann man auch ganz easy umändern in ein, ähm, in ein Asset-Bahnhof. Das ist alles kein Problem. Ich wurde gefragt, ob der, äh, Dresden-Neustadt geht. Muss man selber schauen. Äh, wenn die MDL nicht der komplette Bahnhof ist, dann geht's natürlich, also wenn zum Beispiel die, die Halle extra ist, wenn die Bahnsteige extra sind, dann ist das alles kein Problem. Ansonsten würde mich über Feedback sehr freuen und ihr könnt ja gern mal schreiben, was ihr alles schon so umgesetzt habt. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt oder Kriterien daran, jederzeit gerne. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.